Das Drag Reduction System oder DRS öffnet eine Klappe am Heckflügel, um den Luftwiderstand zu verringern und die Geschwindigkeit auf Geraden zu verbessern. Fahrer können dieses System in bestimmten DRS-Zonen einsetzen, solange die Strecke trocken ist. Im Training und Qualifying gibt es keine zusätzlichen Einschränkungen für das DRS. Im Rennen darf das System allerdings nur eingesetzt werden, wenn der Fahrer eine Sekunde oder weniger hinter einem anderen ist. Beachte den Balken am unteren Teil deiner Multifunktionsanzeige, wenn du dich einer DRS-Zone näherst, um deinen Abstand zum Aktivierungsbereich zu sehen, und aktiviere es, indem du auf die DRS-Taste drückst, sobald die Anzeige erscheint.